Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur Ostwind-Aris-Ankunft. Wir haben jetzt die Aufgabe, uns mit Adrian zu treffen. Wir haben letztes Mal hier aufgehört. Und wir müssen ja über den Geheimpfad irgendwie in das Erholungszentrum, um den Maria Kaltenbach lebt. Boah, krass, kann ich hier einfach über die Gleise oder was? Boah, was ist denn das? Kann ich da rüber? Oh, 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 okay, okay. Nein! Okay, das hat Ostwind nicht gerade gemacht. Ich bin jetzt nicht gerade runtergesprungen. Ich bin jetzt nicht gerade die Brücke runtergesprungen. Okay, offenbar bin ich die Brücke runtergesprungen. Krasse Aktion, Ostwind. Krasse Aktion. Okay, jetzt bin ich hier unten. Ich weiß nicht, ob ich hier sollen sein darf. Doch, das ist, glaube ich, kein Problem. Ach so. Ich glaube, das ist sogar Sinn der Sache. Adrian wartet hier unten, hm? Ja, auf dem Parkplatz. Wie wäre ich denn hier hingekommen? Irgendwie da... Moment, ich fahre doch jetzt... Ach so, einfach über die Straße. Ich war hier oben. Ich war hier. Genau, jetzt bin ich hier über die Eisenbahnbrücke hier runtergesprungen. Dahin. Ach, da drüben wäre auch nochmal ein Weg gewesen. Cool. Okay. Ja, viele Wege führen ins Heilzentrum. Aber nur der eine führt an Adrian vorbei. Arizona. Ich hab's. Es gibt eine Lücke zwischen den Frequenzen. Das bedeutet, dass ich sicher zu Maria durchkomme? Korrekt. Ich hab eine Route ohne Patrouillen und Funkaktivität gefunden. So gut wie verlassen. In der Nähe des Mondsteinwalls. Wenn du der Route folgst, kommst du an einen Zaun. Ab da musst du einfach nur weiter, bis du beim Kurzentrum bist. Danke, Adrian. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ich, ja. Pass auf dich auf, Arizona. Das mach ich. Danke. Äh, ich muss jetzt grad nochmal überlegen. Warum macht ihr das nochmal für uns? Nur wegen, weil uns ein Gefallen schuldet? Ich mein, das ist schon ziemlich krass, oder? Also, aber na, vielleicht hat er auch einfach das Herz am rechten Fleck und weiß, was los ist. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Jetzt ist es natürlich schade für euch. Weil ihr dann wieder wenig seht. Aber das Spiel möchte das wohl so. Genau. Ich muss hier rüber. Ähm. Wo muss ich denn jetzt da lang? Muss ich jetzt unten lang, oder? Da, wo ich jetzt hergekommen bin? Oder muss ich oben lang? Ne, unten ist ja Quatsch, oder? Warte mal. Wobei, doch. Doch, das würde Sinn machen. Dann geh ich unten lang. Da, wo ich gerade runtergesprungen bin. Hier. Gucken wir mal, ob wir dann den Weg finden. Das werden wir hier unten durch und dann auf die andere Seite. Ja, weil, ähm, das Spiel, das vorsieht, dass es Nacht ist, ist natürlich ein bisschen sneakiger. Also, das ist mir ja so ein bisschen in geheimer Mission quasi. Ne, das ist natürlich schon cool. Und, äh, hier vorne muss dann der Zaun sein. Hier ist der Weg, genau. Hier endet der Weg. Da ist der Zaun. Der führt uns auf die Route. Jawoll. Okay. Oh, und ich darf Ostwind tatsächlich mitnehmen? Ah, und das bringt mich ja ans Ende der Karte. Ne, hier hoch. Einfach auf die andere Seite der Brücke. Dann hätte ich ja auch... Ah, ne. Genau, da geht's ja nicht weiter. Oben. Da bin ich ja nicht durchgekommen. Schnell Ostwind, schnell. Genau, hier geht's jetzt den Berg rauf. Oben auf die andere Seite. So. Ist das nochmal eine Übung für mich hier, oder? Ich kriege einen Bonus dafür, dass ich das Ziel noch getroffen habe. Ich hoffe, ja. Mal schauen, ob wir noch mehr sehen. Diese hier irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob das versteckt, oder... Also, ob das Absicht soll. Ich denke mal schon, aus Versehen macht man ja sowas nicht. So, und jetzt? Jetzt sind wir bei der Eisenbahn. Balanciere zwischen den Schienen. Aber wieso denn das jetzt? Ah, ich muss auf die andere Seite. Ah, ist doch voll cool. Ja. Ah, genau. Ich muss dann da nach rechts. Ah, okay, okay, okay. Ja, Moment. Ui, ui, geht da ganz schön steil runter. Ich war doch vorhin... Hä? Was? Ich bin doch vorhin hier abgestürzt. Dann bin ich doch da runtergestürzt, oder? Ja. Jetzt gehe ich ja wieder in die andere Richtung. Hä? Da... Was? Hier war ich doch schon überall. Und da ist der Mondstandsteinbruch, genau. Und hier? Moment, was? Wo muss ich denn hin? Wo ist denn, habe ich denn Ziel auf der Karte? Nee, ne? Okay. Aber hier war ich ja schon überall. Da bin ich ja von der anderen Seite gekommen, ne? Ihr wart dabei, ihr wisst das. Und da, bei dem Feuer, habe ich Rast gemacht. Genau. Da bin ich lange geritten. Das heißt, ich war schon auf dem richtigen Weg. Ich war schon auf dem richtigen Pfad. Also, wenn das alles vorbei ist, wenn du aufwachst. Ja? Wirst du dich dann an irgendwas hiervon erinnern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es fühlt sich alles an wie ein Traum. Wie die Träume, die ich vor Jahren von Ostwind hatte. Aber jetzt will ich lieber nicht darüber nachdenken. Das Wichtigste ist für mich jetzt, dich zu begleiten. Ja, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Ob Mika, wenn sie aufwacht, dann irgendwie das weiß. Oder ob sie dann über Ostwind weiß, was mit Ari ist. Oder ob sie jetzt ja ein tatsächliches Band haben, was ja irgendwie... Ostwind verbindet die beiden ja miteinander. Sie haben ja beide so ein starkes Band zu dem Pferd. Und dadurch wissen sie ja irgendwie voneinander. Und haben eben diese Beziehung. Und ob das dann auch Bestand hat, wenn Ari wieder aufwacht. Spannend, spannend. Ja genau, und hier war ich auch. Da bin ich noch genau... Achso, da bin ich den Weg geritten. Da, wo ich dann vorher nicht... Beim letzten Mal bin ich nicht weitergekommen. Dann bin ich da umgedreht über diese Holzbrücke dann da. Genau. Oh, polizeiliche Absperrung. Was ist los, Ostwind? Sch, alles in Ordnung, keine Angst. Genau, der Weg des Kriegers. Oh, shit. Na schön Mädchen, du hattest deinen Spaß. Bitte steig von dem Pferd und alles kommt wieder in Ordnung. Wir bringen euch beide nach Hause. Nein, sie verstehen das nicht. Ich muss zu Frau Kaltenbach. Das Gute ist in Gefahr. Frau Kaltenbach? Hey, gib mir das. Arizona, runter von dem Pferd. Sofort. Adrian? Was machst du denn? Ich dachte, wir wären... Schäfer? Was geht hier vor sich? Was ist mit Frau Kaltenbach los? Nichts. Sie ist doch nur ein Kind. Nur eine Gruselgeschichte, die sie sich ausgedacht hat. Alles ist in Ordnung. Sogar besser als vorher. Frau Kaltenbach ist nur auf einer Kur. Adrian, lass uns durch, bitte. Ich dachte, wir sind Freunde. Was machst du denn? Adrian, bitte. Ari, komm von den Gaul runter. Sofort. Ich verlange eine Erklärung, Herr Schäfer. Oder Sie haben mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen. Hm. Hm. Ja. Okay. 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 Also der ältere Polizist ist offenbar auf unserer Seite. Und Adrian ist offenbar volles Arschloch. Sorry, wenn ich das so gesagt habe. Aber ja. Wir machen das so. Was macht sie da? Und der Kiesel, der scheint für mich sehr vernünftig zu sein. Warum haben wir nicht mit dem geredet? Wir hatten ja mit dem reden können. Der scheint offenbar ein Bekannter von Maria Kaltenbach zu sein. Sie, sie kann doch nicht. Ich kann. Bäm. Da wäre mal ein bisschen actionreichere Musik, finde ich da ganz geil. Oh, wie der aussieht mega gruselig, ey. Der ist voll cool. Wieso ist denn der so cool? Der wäre Ostwind. Ach. Hätte ich gewusst, wie langweilig das hier ist, hätte ich einen richtigen Urlaub gemacht. Frau Kaltenbach? Ja, was gibt's? Ich, äh, äh, also, Sie kennen sich doch ein wenig mit Pferden aus, nicht wahr? Ja, ja, kommen Sie auf den Punkt. Ich rate Ihnen davon ab, Ihrer Tochter ein Pony zu kaufen. Tja, äh, 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 ich, äh, da, äh, steht ein Pferd in unserem Garten. Ein Pferd? Ja, äh, und ein Mädchen, äh, bewaffnet mit Pfeil und Bogen. Soll das ein Witz sein? Was für ein Pferd! Lassen Sie mich durch! Ich muss zu Frau Kaltenbach. Harry? Haben, äh, Sie sie erwartet? Frau Kaltenbach, ich hab herausgefunden, was Isabel macht. Sie hat ihre Medikamente durch Vitamintabletten ersetzt, um sie umzubringen. Oder zumindest ins Krankenhaus zu bringen. Sie hat alles an sich gerissen und versucht, einen Teil des Anwesens an Waterflow zu verkaufen. Sie hat Tordo Torwärtsson angestellt und alle anderen gefeuert. Und da war dieser Polizist. Der hat mich in eine Falle gelockt. Und Sam und ich sind ins Gestüt eingebrochen, um ihre Pläne zu stehlen und herauszufinden, was los ist. Also, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber da haben wir ihre Tabletten gefunden. Hier sind sie! Ari! Ari! Bitte! Beruhige dich doch! Ich will nicht schon wieder einen Herzinfarkt kriegen. Du scheinst mir sehr viel zu sagen zu haben. Beruhige dich! Mir zuliebe! Besprechen wir das bei einer Tasse Tee. Dann kannst du mir alles erzählen. Die Geschichte würde ich auch gern hören. Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Helmut! Ich dachte, du genießt schon deine Pension. Was machst du denn hier? Das Übliche. Ich hab sie durchs ganze Land verfolgt und versucht, eine große Verschwörung gegen Maria Kaltenbach aufzudecken. Wo ist Adrian? Auf der Polizeiwache. Wir kümmern uns um den Papierkram und seine Suspension. Also, Ari. Fang doch einmal vorne an. Ach, und Sie? Ja, ja, meine Dame. Bringen Sie uns doch einen Tee, wenn Sie so freundlich wären. Okay. Okay, Leute. Und wir sind jetzt auf einmal wieder... Was ist denn jetzt passiert? Die Geschäftsleitung Gut Kaltenbach. Und wir sind jetzt wieder auf dem Gut Kaltenbach. Und wir haben offenbar Maria Kaltenbach alles erzählt, was es so zu erzählen gab. Und jetzt? Wer hat das Haupttor geöffnet? Erwarten wir irgendwelche Besucher? Wie sind die durch die Sicherheitskontrolle gekommen? Es ist die Polizei. Was geht hier vor sich? Sie haben einen Pferdeanhänger dabei. Ah, jetzt verstehe ich. Die bringen uns Ostwind zurück. Irgendwas stimmt hier nicht. Guten Abend, meine Herren. Wie ich sehe, bringen Sie mir mein Eigentum zurück. Haben Sie auch diese fürchterliche Göre... ...gefunden? Hallo, Isabel. Oh, Frau Kaltenbach. Schon so früh wieder zurück? Sind Sie denn schon gesund genug, um zurückzukommen? Wenn ich die richtige Medizin bekomme, ist das, als hätte ich nie irgendwelche Probleme gehabt. Äh, ich verstehe nicht. Dachtest du, du könntest damit durchkommen? Mit dieser ganzen Sache? Dem Gestüt ein neues Image verpassen? Ein Teil des Lands verkaufen? Zusammen mit Tordo diese Scheußlichkeiten anzustellen? Wir wissen alles, Isabel. Und das Schlimmste ist, dass du meine Medikamente mit Vitamintabletten vertauscht hast. Ich sage dir mal was, junges Fräulein. Für einen Dinosaurier wie mich braucht es schon einen Asteroiden, um mich aus dem Weg zu räumen. Frau Herburg, ich nehme Sie fest wegen Verdachtsauf... Verdacht? Verdacht auf was? Haben Sie irgendwelche Beweise, um diese haltlose Anschuldigung zu bekräftigen? Wenn Sie mich ausreden lassen, Frau Herburg, tatsächlich haben wir Beweise... Nein! Nein, das kann nicht sein! Sie machen einen riesengroßen Fehler. Ich sage dir mal, ich sage dir mal, ich habe... Ich sage dir mal, 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 ich sage dir mal.